Das ist die Kurve von Neushausen. Ich mach das gleich weg. Über das Missgeschick eines Menschen spottet man oft. Aber wenn es einen Anlass zum Scherzen gibt, schmunzle ich gern einmal. Auch deine Tante Eppich. Echte Fröhlichkeit kommt aus dem Herzen. Wir sind heitere Menschen und freuen uns gemeinsam. Ich freue mich über deinen hübschen Anhänger. Ja, den hat Mutter lange getragen. Schade, er macht dich so plass.